Hallo, das ist wieder Deutsch in Bildern und hier ist Teil 7 zu den rhetorischen Figuren und Stilmitteln und heute geht es um die Bildfiguren. Den Bildfiguren liegt eine einfache Idee zugrunde, nämlich, dass etwas wörtlich gemeint ist, aber durch ein Bild ersetzt wird. Das hört sich auf den ersten Blick banal an, ist aber äußerst raffiniert, wenn man sich vor Augen führt, dass der Mensch mit zwei Gehirnhälften ausgezeichnet ist und mit ihnen umgeht. Die linke Gehirnhälfte kümmert sich eigentlich um Sprache, um das Lesen, Analysieren, logische Denken. Die rechte Gehirnhälfte ist eher prädestiniert für Fragen, wie Bilder aussehen, wie Kunst aussieht, für Kreatives, Musisches, aber auch für die Imagination und Fantasie. Bildfiguren aus der Rhetorik sind also so etwas wie ein Brückenschlag. Oder um es durchaus noch etwas genauer zu sagen, Bildfiguren haben die Fähigkeit, dass sie sowohl die linke als auch die rechte Gehirnhälfte aktivieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass man wesentlich mehr neuronale Kapazität zur Verfügung hat. Nun, die Frage ist natürlich, welche Bildfiguren eine solche Fähigkeit besitzen, dass sie quasi wie ein Ping-Pong-Ball die Neuronen auf der linken und rechten Gehirnhälfte aktivieren. Nun, zunächst gibt es die Metapher. Sie kann für ein Wort oder ein Sachverhalt stehen. Dann gibt es die Periphrase, eine Umschreibung. Dann gibt es die Personifikation. Dann gibt es das Symbol und schließlich den Vergleich. Alle in diesen fünf Figuren wollen wir uns im Folgenden widmen. Aber vielleicht vorab schon, welche Wirkung haben solche Bildfiguren? Zunächst, wenn ein wörtlich gemeintes durch ein Bild ersetzt wird, dann wird natürlich der sprachliche Ausdruck assoziativer. Man verknüpft verschiedene Erwartungen, Erinnerungen mit einem bestimmten Bild. Außerdem wird ein sprachlicher Ausdruck natürlich auch anschaulicher, greifbarer. Und weil natürlich jedes noch so komplizierte Phänomen immer wieder mit neuen Bildern dargestellt werden kann, wird Ausdruck auch abwechslungsreicher und variabler. Dazu kommt aber noch ein zweites. Wenn denn beide Gehirnhälften aktiviert werden mit solchen Bildfiguren, steigert sich natürlich die Chance, dass etwas behalten werden kann, gespeichert werden kann, die Merkfähigkeit wird erhöht. Außerdem können bestimmte Bedeutungslücken bei dem wörtlich gemeinten gefüllt oder geschlossen werden. Und dann und wann gibt es Metaphern, die so ökonomisch sind, dass Umschreibungen eingespart werden. Ein sehr schönes Beispiel, finde ich, ist die Metapher Flaschenhals. Versucht man einen Flaschenhals zu umschreiben. Dafür brauchte drei, vier Sätze, um dieses eine kleine Wort im Grunde genommen auszugleichen. Soweit die Wirkung. Hier ist die erste wichtige Figur, die Metapher. Ursprünglich kommt sie aus dem Altgriechischen. Da hieß das Wort Metaphora und meinte so viel wie Übertragung. Denn es geht um eine Figur, die das wörtlich gemeinte mit einem bildhaften Ausdruck bezeichnet. Vielleicht sollte man sagen und darauf hinweisen, dass das wörtlich gemeinte durch den bildhaften Ausdruck nur ähnlich bezeichnet wird. Was das heißt, zeigen wir jetzt. Nehmen wir zum Beispiel die Formulierung ein Problem lösen. Und wir wollen diesen Ausdruck durch eine Metapher darstellen. Dann geht das zum Beispiel mit diesem Bild. Ich hoffe, ihr grübelt jetzt gerade, welche Metapher in meinem Kopf spukt. Und das ist auch eine Metapher. Ich meinte diesen Ausdruck. Die Kuh vom Eis kriegen. Das ist im Grunde genommen in der deutschen Sprache eine Metapher für ein Problem lösen. Aber aufgepasst! Ich möchte euch dazu bringen, dass ihr nicht einfach in euren Aufsätzen, zum Beispiel in Klausuren oder im Abitur, Metaphern aufzählt oder zitiert. Ihr sollt auch verharren und sie erklären. Das geht am besten, wenn man diese Metaphern genau anschaut. Schaut mal, die Kuh zum Beispiel ist ein schweres, ein schwerfälliges, ein hilfloses Tier, das auf einer Eisfläche völlig fehl am Platze ist. Es gehört auf eine grüne Weide. Und Eis ist nicht nur einfach Eis, sondern es ist eine glatte, eine brüchige, höchst gefährliche Oberfläche. Ihr seht es. Mit der Metapher schwingen zusätzliche Bedeutungen mit. Und diese können im Grunde genommen übertragen werden auf das ursprünglich gemeinte. Vielleicht kann man das Ganze metaphorisch darstellen. Wir haben links das Wort, rechts das Bild. Und zunächst noch einmal der Hinweis. Wort und Metapher sind nie kongruent, nicht deckungsgleich. Sondern sie sind nur zueinander ähnlich. Und dieses Bild, diese Metapher ist nun so etwas wie eine Stimmgabel, die schwingt. Die zusätzliche, sagen wir ruhig, Nebenbedeutungen produziert. Diese Nebenbedeutungen nennen wir Konnotationen. Und diese Nebenbedeutungen, tja, regnen nun wie Noten herab auf das ursprünglich gemeinte Wort. Sie bereichern im Grunde genommen den Ausdruck. Das wäre der erste Punkt zur Metapher. Prominente Metaphern, die man natürlich im Internet ohne Probleme finden kann, wären zum Beispiel für ein winziges kleines Schiff der Ausdruck Nussschale oder aber für die selektive Wahrnehmung der Ausdruck rosarote Brille. Eine zweite Bildfigur ist die sogenannte Periphrase. Auch hier können wir ruhig in die Etymologie, in die Wortgeschichte gucken. Denn ursprünglich kommt das Wort aus dem griechischen Peri, heißt so viel wie um oder herum, und Phraseen heißt reden. Die Periphrase ist eine Umschreibung eines Begriffes, einer Person oder eines Sachverhaltes. Auch hier ein Beispiel und diesmal von dem Komiker Heinz Erhardt. Er hat nämlich einmal eine kleine Filmszene gespielt, in der er sich mit seiner Nachbarin geärgert hat. Also, wir haben eine männliche und eine weibliche Figur und sie streiten miteinander. Und die männliche Figur sagt nun, na, das sagt sie nicht, aber sie will sagen, sie sind eine Gans. Eine Gans ist ein Vulgarismus, also eine rüde Umgangssprache, eine Beleidigung. Und er sucht nun eine elegante Umschreibung. Er rekonstruiert im Grunde genommen die Gans und macht aus ihr bildhaft einen weißen Vogel. Sie sind ein großer weißer Vogel, ist am Ende die Periphrase. Er umschreibt also seine Beleidigung und entschärft sie damit ein wenig. Fast führt es zu Humor und zu einem Lächeln. Prominente Periphrasen sind übrigens auch für die Polizei zum Beispiel der Ausdruck das Auge des Gesetzes oder für Gott jenes höhere Wesen, das wir verehren. Also, die Periphrase ist gar nicht so selten, wie man zunächst glauben mag. Damit kommen wir zur dritten Bildfigur. Eine Figur, von der ich das Gefühl habe, sie kommt viel häufiger vor und viel früher, als wir glauben wollen. Schon als Kind sagen wir, die Sonne lacht und das ist eine Personifikation oder der Himmel weint. In diesen Fällen versuchen wir Tiere, Pflanzen, Gegenstände, Himmelskörper oder abstrakte Wesensheiten mit menschlichen Zügen zu versehen. Wie häufig die Personifikation vorkommt, zeigt vielleicht auch dieses Beispiel. Es kennen wahrscheinlich alle, die gerne ins Kino gehen und Walt Disney Filme schauen. Das hier ist eine einfache gelbe Keramiktasse und die wurde tatsächlich lebendig. Und zwar in dem Film Die Schöne und das Biest. Dort taucht nämlich eine kleine Tasse mit dem Namen Tassilo auf und die ist ziemlich lebendig. Hier handelt es sich um eine Personifikation. Aber ich hatte ja darauf hingewiesen, wir wollen auf Konnotationen achten, auf Nebenbedeutung und auf sie auch eingehen. Also dieser Tassilo ist unter anderem klein. Er ist kindlich, charmant, jungenhaft, frech, lebendig. Wahrscheinlich finden sich noch weitere Eigenschaften. Und diese verschiedenen Eigenschaften, die in der Personifikation liegen, haben nun Konsequenzen für die Interpretation. Denn natürlich ist der Versuch, eine einfache Keramiktasse, eine Porzellantasse lebendig zu massen, eine Grenzüberschreitung. Das führt auch den Leser zu Irritationen. Zugleich ist dieses Lebendigwerden von einem eigentlich toten Gegenstand natürlich ein märchenhaftes Element. Und weil Tassilo so charmant und lustig und humorvoll ist, ist er für viele Kinder auch ein Identifikationsangebot. Soweit die Personifikation. Damit kommen wir zum mit Abstand schwierigsten rhetorischen Figur überhaupt. Sie ist arg umstritten. Es handelt sich um das Symbol. Das Symbol ist eine rhetorische Figur, die auf eine abstrakte Vorstellung verweist. Gerne wird das Symbol auch bezeichnet als Zeichen. Und zwar ein bildhaftes, anschauliches, wirkungsvolles Zeichen für einen Begriff, einen Vorgang oder eine große Idee. Es ist ein Sinnbild. Vielleicht kann man das Ganze wieder, wir sind bei deutschen Bildern, mit einem Bild darstellen. Hier haben wir einen Text und dieses kleine rot markierte Fleckchen dort ist unser Symbol. Und es trifft nun auf eine Menge von Rezipienten. Damit haben wir bereits ein wichtiges Wesensmerkmal des Symbols berührt. Denn Symbole sind kollektiv verschlüsselt. Der Fahrausdruck wäre kollektiv kodiert. Viele Menschen verknüpfen mit dem Symbol dieselben Ideen und Bedeutungshöfe. Vielleicht ein Beispiel. Das Kreuz verbinden wahrscheinlich alle Menschen auf dieser Welt mit einer christlichen Lebensidee. Viele, viele Menschen vielleicht sogar mit einer Institution namens Kirche. Oder viele, viele Menschen verbinden mit der blauen Blume natürlich die Idee der Romantik. Diese Idee wurde geboren übrigens von Novalis in dem Märchen Heinrich von Ofterdingen. Und dieser Heinrich von Ofterdingen versinkt in einer blauen Blume voller Liebe und Romantik. Also, das ist das Symbol einer romantischen Idee. Und dieses Symbol sollten hoffentlich alle Menschen kennen. Es mahnt uns, dass es keine Alternative zum Frieden gibt. Es ist die Friedenstaube von Pablo Picasso. Wieder eine Idee, die kollektiv kodiert und auch wieder entschlüsselt werden kann. Ein Symbol. Übrigens hätte ich an dieser Stelle als Symbol, will ich ausdrücklich sagen, auch den Davidstern gebracht. Oder eben auch den Halbmond. Schließlich eine Figur, die eher unterschätzt wird. Nämlich der Vergleich. Der Vergleich ist die Gegenüberstellung von Sachverhalten, Gegenständen oder Bildern. Zwei oder mehr. Und sie müssen mindestens eine Ähnlichkeit, eine Gemeinsamkeit haben. Der Vergleich kann nur ein Vergleich werden, wenn er ein Vergleichspartikel hat. In der deutschen Sprache sind es die Wörter wie und als. Wieder sei ein Beispiel erlaubt. Und zwar dieser einfache Satz. Wille, der Name eines jungen Mannes, ist wie ein Löwe. Das ist ein Vergleich. Und wir könnten das Ganze abhaken. Aber ich habe euch ja gebeten, dass ihr auf Nebenbedeutung, auf Konnotationen ein bisschen achtet. Also nehme doch mal diesen Löwen bildhaft ernst. Wille ist wie ein Löwe. Und jetzt achtet darauf, welche verschiedenen Bedeutungen, Bedeutungsmerkmale mit dem Löwen einhergehen. In einem früheren Video habe ich diese Bedeutungsmerkmale auch Seme genannt. Er ist männlich, er ist raubtierhaft, er ist königlich, er ist schön, er ist katzengleich elegant, er ist stark. Und wahrscheinlich fallen euch noch weitere Attribute ein. Ganz wichtig ist, es geht aber nur um eine Ähnlichkeit, die hier gemeint ist. Und die, auf die ich eigentlich rekurrieren möchte, ist das Wörtchen stark. Wille ist stark wie ein Löwe. Der Vergleich, im Grunde genommen, sucht sich also aus einer Fülle von Konnotationen eine ganz besondere und konkrete Bedeutung aus. Damit wären wir fast fertig, aber ich möchte für alle Profis noch etwas hinzufügen. Es gibt nämlich homogene Vergleiche und heterogene Vergleiche. Von einem homogenen Vergleich sprechen wir, wenn zwei Parteien miteinander verglichen werden, die aus derselben Familie oder Klasse kommen. Heterogen sind Vergleiche, wenn zwei Parteien aufeinander stoßen, die eben nicht aus der gleichen Familie oder Klasse kommen. Und da Wille ein junger Mann ist und ein Löwe eher ein Raubtier, ahnt ihr, hier handelt es sich um einen heterogenen Vergleich. Soweit, so gut. Ihr könnt dieses Material ganz einfach wiederfinden. Und zwar habe ich einen Link unten in die Infobox abgelegt. Dort findet ihr die Tabelle und auch die Wirkungsmechanismen noch einmal zu den rhetorischen Figuren. Das Ganze als PDF-Datei. Und ihr könnt diese Prezi als Link finden und natürlich herunterladen, bearbeiten, verändern, wie immer ihr wollt. Und ich versuche nach und nach auch auf der Facebook-Seite von Deutschen Bildern Material abzulegen. Das war das heutige Video zu den Bildfiguren. Der letzte, achte Teil zu den rhetorischen Figuren kümmert sich dann um phonetische Phänomene, nämlich um Lautfiguren. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht ja bis zum nächsten Mal.